Hallo und herzlich willkommen zu einem weiteren Part zu Red Dead Redemption mit mir, Gelato86 und wir sind das letzte Mal irgendwo hier stehen geblieben und genau ob hier geht es dann weiter so, wir wollten irgendwo hin reiten irgendwo hin ist gut? natürlich hier vorne zu Santa De Santa ich habe übrigens diese kleine Lagerstätte ausprobiert die man in der Wildnis benutzen kann das Lagerfeuer, man kann also speichern und auch reisen allerdings weiß ich jetzt gerade nicht ob wir das jetzt nochmal tagsüber machen können ich probiere es einfach mal weil genau wo ich gerade hier war konnte ich nämlich das Cam benutzen ich probiere es jetzt einmal nochmal einfaches Cam ja hier kann ich es benutzen und von hier aus können wir direkt hinreisen so, zum Zielort reisen jetzt muss ich aber gucken wie das nochmal heißt so und zwar ist das Escalera Escalera Punta Orbulo oh mein Gott, kann sich das jemand merken? wir probieren es nochmal ähm einfaches Cam wir bleiben wahrscheinlich einfacher wenn man es einfach auf der Karte sehen würde so so zum Zielort beziehungsweise zum Wegpunkt reisen können wir ja auch Escalera, das müsste das sein ne? ja wir reisen jetzt nach Escalera das dürfte das sein okay und es ist natürlich Nacht weil wir quasi so gesehen in Anführungszeichen die ganze Nacht durchgeritten sind und sind dann hier angekommen jetzt weiß ich nicht ob wir tatsächlich die Mission annehmen können weil es Nacht ist ansonsten werden wir etwas schlafen und dadurch Tag bewirken lassen weil es dann 6 Stunden vorbei geht also das sehen wir jetzt da also schauen wir mal nach ob es sofort losgehen kann oder wir tatsächlich nochmal Zeit vergehen lassen müssen ich bin hier falsch verdammt so ich muss hier lang hat er jetzt eine Frau geschrieben? oh mein Gott, was geht denn da ab? was ist hier los? was ist hier los? da hast du aber Glück gehabt Kollege sonst hätte ich dir grad die Humber weggeschossen lässt sich dir hier einfach irgendwelche Frauen du Penner okay gut ähm genau diese Kopfgeldjäger die werden wir auch auf jeden Fall noch machen demnächst aber erstmal halt soweit die Hauptstory bis zum kurz vorm Ende treiben und wahrscheinlich dann die ganzen Nebenmissionen machen und auch ähm ja die Kopfgelder weil das will ich definitiv auch ein Let's Play mit einbeziehen so dürfen wir hier rein? nein wir dürfen hier nicht rein so eine Wurst das heißt wir müssen tatsächlich mal schlafen wie ich es prophezeit hatte können wir runterrutschen? ja sehr gut oh mit dem Kopf ging Stein tot oder? nein ich lebe natürlich warum sollte ich an so einem Kratzer sterben? das ist John Marston halb Western halb Cyborg halb Mensch also besteht aus 1,5 wenn wir jeweils 0,5 haben wie auch immer man muss es nicht verstehen egal gut wir schlafen jetzt und ähm plündern aber die Kiste noch davor wegen Munition und pennen ok und ähm jetzt ist glaube ich ganz nachts oder? ja ich muss nochmal pennen aber einfach diesmal ohne zu speichern weil man kann auch schlafen ohne zu speichern die Zeit geht auch vorbei ach das Spiel sieht so schön aus wenn es beleuchtet ist ach das Spiel sieht so schön aus wenn es beleuchtet ist Lauf! 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 so ich möchte der mexikanische Cäsar ok die Mission heißt etwas komisch aber wir schauen mal weglas und irgendwie und ich du wut 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 we wut You boys using women's soldiers now? Our customs are none of you concerned. Apparently not. The two patriots were keen to make your acquaintance and coronel. Fantastic. I love patriots. Hey, Senor Marston, you here to fight the war? At least I'll make a patriot of you yet. I hope so. Any more of those men? Oh, yes. I heard they were riding with Reyes. I wanted to talk to you about it. The santo hable conel, tell him what I wanted. His excellency, el coronel would like to employ you in escorting a train down rebel country. The job is dangerous, but you'll have the honor of... Another patriot? Of knowing that you serve Mexico in her fight against forces that would destroy our society. How much do you offer? Twenty thousand pesos. And information as to the whereabouts of Javier Escuela. Okay then. Mexico loves you, Senor Marston. She has a funny way of showing her. She has a funny way of showing her. Oh, Bringo, ride with us! Oh, Bringo, ride with us! Ringo! Ringo, are you listening to me? Does it seem quiet to you? I don't know. You tell me. We have not seen a single rebel yet. I'd say that's a good thing, wouldn't you? I think we should have to be there now. And then we'll experience... ...I don't know what. Oh, fuck! Oh, God! Oh, God! Oh, go! And then you'll see. Good one! I can't see any more of them. Good one! That's close! I don't know. That's not right for me. We'll send you our way to escort a train Ich bin ein deutschen Rebel-Held-Held-Country. An ambush fühlt sich an richtig zu mir. Soldado! Wer bist du? Welten Squadron? Wir sind die neuen Rehabilitärs, Kapitän! Das ist unsere erste Anwendung! Ich wusste, dass ich diese Leute nicht gesehen habe. Sie sind neue Rehabilitärs. In Escalera, die Leute haben schon gesagt, dass die Rehabilitärs planen eine große Anwalt. Wenn diese Anwaltungen so wichtig sind, warum haben wir so viele Soldaten gewonnen? Ich frage mich. Du bist der Kapitän. Ich dachte, du wärst schuldig. Ich bin schuldig, aber nicht schuldig. Es ist etwas falsch. Ich fühle es. Vielleicht hast du nur... Precursion! Okay, der nächste Überfall. Der nächste Überfall. Die Waffe ist gar nicht mehr so schlecht, ne? Die ist schon cool. Ist das unser Traum? Ja, sie scheint auf dem Regeln zu sein. Zumindest eine Sache geht für uns. Ich verstehe. Wir haben einen guten Start. Was macht denn da hinten? Wieso wackeln, wackeln? Was ist dein Waffe? 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 Du bist jetzt nahe zu Chuparosa. Ich habe immer noch ein schlechtes Gefühl darüber. Sag mir, warum bist du hier? Was haben sie dir gesagt? 20.000 Pesos in Javier Escuela. Das sind viele Waffen. Wo ist dein Waffe? Wann du wissen, wo es ist? Wann ich dir das? Wann ich dir das erzählen? Wann ich dir das? Before, du hast du deine Anliegen gebeten? Wann ich mich für eine Bedeutung? Ich habe dir keine Grund, nicht zu glauben. Du musst verstehen, warum wir uns nicht zu glauben. Du musst verstehen, warum wir uns nicht zu glauben. Die meisten Vigilanten amerikanischen Vigilanten kommen hier, um die Regeln zu helfen. Es ist strange, du hast du für die Armee gewonnen. Ich arbeite nicht für dich. Wie viele Mal habe ich das gesagt? Wann du willst, Gringo? Wir sind verabundet. Ich habe noch nicht gesehen, wie viele Vigilanten gekommen sind. Abraham Reyes versucht, gringos zu kremen, um ihn zu kämpfen. Seine Propaganda ist überall. Er ermöglicht Frauen, Gold und... Natürlich, du kommst du. Geld und eine Chance, in einem Geschäft zu interferieren, das ist nicht dein eigenes. Wie kann jeder amerikanische resisten? Ich glaube, wir sind fast da. Ja, wir sind da. Juhu. Volados! Abordamos del tren! Auf zum Kapitän! 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 Babbel nicht! Geh voll raus! Ich habe das Bedürfnis, gerade eine Waffe rauszuholen und auf den zu ziehen, damit er sich bewegt. Na gut, er bewegt sich auch so. Trotzdem habe ich das Bedürfnis. Aber wir lassen es. So, da ist der Zug, wo wir hin mussten. Mussten. Ich glaube nicht, dass wir das letzte der Rebels gesehen haben. Neue Rekruten können so eine Waffe gewinnen. Ich brauche dich, um die Gatlinge zu gewinnen. Ich bin kein Soldat hier, Kapitän. Du fragst mich nicht, gringo. Mach nur, wie ich sage. Okay, das weiß ich muss sehr wahrscheinlich nicht. Ich kann mich nicht schützen. Ich kann mich nicht schützen. Ich hoffe, dass du wissen, wie diese Waffe benutzt. Du hast mich so schwer gemacht. Nur einen Punkt und holen die Träger. Für dich. Wir werden alle sterben. Keine Waffe, Kapitän. Ich habe eine von diesen vorhin benutzt. Für einen kaltes, 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 du bist ein Angst, Mann. Wir haben bereits gebrannt. Unsere Squad ist gebrannt von neuen Rekruten und die zwei Männer, die Santa hat das am meisten. Ich denke, es ist recht, Angst zu sein. Ja, ich habe nicht genau erwartet. Ein leckeres Picnic am Meer. Stopp! Jetzt schau dir das Licht. Dämmel! So. Wo sind denn die Räuber? Verbrecher? Baldigen. Abschauen des Westens. Ja, die sollen ruhig kommen. Ich habe einen Minigun. Na ja, gut. Gatlingun. Das ist aber fast das Gleiche. Da sind sie. Da. Arme Pferde. Es tut uns vor, dass ich auch die Pferde abziehen wollte. So gesehen, wenn die Pferde nicht reiten, können sie mich nicht erreichen. Deswegen tut mir leid, Pferde. Wenn es natürlich gibt, die Pferde nicht zu treffen. Es hat aber nicht so einfach hier... zu ziehen. Das ist schwer wie genug etwas hier want. Ich bin schon gelöst. Das ist schon locker. Ich will nicht. Ist das hier? Aber du kannst nicht. Ich will nicht. Ich will nicht. Ich kann nicht. Ja, ich will nicht. Es ist wirklich ein verheiratet. Es ist cool. Was ist das? Wo sind noch welche? Da. Der liegt noch? Wie konnte er? Merfi go! Das arme Pferd hat heute fast einen Headshot bekommen. Wer stieß doch als ob nicht? Halt auf auf mich zu schießen. Ich glaube das ist der Plan, dass er mit auf den Zug gekommen ist. Ah, jetzt habe ich es drauf geschafft. So, ein paar Leute sind drauf, ne? Der kommt raus. Halt auf mich zu schnauze. Mit mir hat er extrav hier. Wir haben das Ding, bist du auf die Kopfballer? Was ist das? Was ist das? Ich bin das auf mich? Was ist das für mich? Komm schon, du schaffst du das? Ich habe das Jeez und das ist ein ganz distinctes Wort. Was ist das für mich? Halt auf mich? Habt ihr das für mich? jetzt weiß ich warum die kontrolle so schneller geht zwar haben die ganze vibration an das würde ich gerne doch ausmachen aus gut weil dann hält der kontrolle einfach viel langer das nur gut bei 20 stunden oder so das macht total spaß mit der kartina wie können wir sie alle schön erwischen jetzt habe ich das verletzt obwohl der reiter nicht mehr drauf war ich sehe nicht wo ich hin schieße aber ich schieße nicht das arme pferdchen hat keinen reiten der reiter war böse pferd kann ich meine pferd hinterher laufen lassen läuft sie zum zug hinterher nein kann es ja nicht mein pferd hört mich nicht weil es irgendwo in der ecke schlägt die 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 g Nein, bis ich einen Schwäle finde, ist er viel mehr mit mir. Okay, wir sind angekommen. Wir haben es geschafft. Die Zugfahrt mit der Arme und Art. Herr! Herr Marston! Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Die Zugfahrt war ein Erfolg. At least, einige von deinen Männern überlebt. Ich glaube nicht, dass ich selbst überlebt. Meine ganze Leben habe ich ein glückliches Todes. Los geht's! Rappido, Antes und Kenos. Diese Socialist-Pigse können nicht gewinnen. Edition Completed.